Keine Ahnung. Oh nein, 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 jetzt hat sie ihr Pad weg. Sie hat es gerade ertradet. Hallo, ich bin Elva Wilka und bei alles Elva Gaming. Heute ist die Mama dabei. Hallo. Und wir werden heute versuchen, mein Christmas Egg zu traden. Das ist nämlich ein ganz besonderes Christmas Egg. Das ist das Christmas Egg vom letzten Jahr. Ja, die sind super selten. Wir haben schon eins für euch aufgemacht. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das mal unten in der Infoboxen hier oben im i. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir... Aber erstmal, ich schaue mal. Ich will ein Geheimnis auflösen. Okay. Es ist eigentlich ein Pad Egg. What? Es ist ein Pad Egg. Oh nein, das ist ein verkleidetes Pad Egg. Eigentlich ist es ja dann ein Faschings-Ein, kein Weihnachts-Ein. Ich bin so witzig. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, wir wollen mal gucken, was ihr für ein Christmas Egg traden würdet. Alles gut? Mein Kalt hat geheilt. Wir sind nämlich total gespannt, was es jetzt in dem neuen Winter-Update gibt. Die Map ist ja jetzt bestimmt schon eine Woche draußen. Mindestens. Ja, aber das ist nicht die Map. Das ist nur Map, aber nicht die. Die Map. Und jetzt kommen wahrscheinlich bald die ganzen Tiere und Eier. Und bis dahin müssen wir uns ja irgendwie bei Laune halten. Deswegen werden wir jetzt ganz viele Weihnachts-Videos machen. Genau. Wir freuen uns, wenn ich auf Weihnachten wüsse. Wir sind hier eigentlich mein Apfelbaum. Sehr schön. Also was? Wir machen jetzt erstmal ein Pad Egg auf. Pad Egg auf. Hast du denn noch welche? Ja, ich habe noch welche. Kaum noch welche. Aber ich habe noch welche. Ach, ich hasse immer, wenn es so mit den Tieren leckt. So, hier haben wir ein Pad Egg. Okay. Nimm das doch mal in den Arm. Warum hüpft das denn durch die Gegend? Ah, ich kann es gar nicht im Arm nehmen. Ist das ein Flummi? Nein. Das ist ein Ei. Okay, gut. Wir können es vielleicht nicht aufheben. Warum denn? Weil, guck, ich gehe so... Warte, hier... Aha, wo ist es? Hier kommt das Pick-Up. Guck mal hier. Pick-Up. Also das Ei können wir nicht aufheben. Es will unten bleiben. Okay. So, hier. Jetzt gehen wir hier auf Hatch Now. Das ist ein Rebel. Es will ein Ei bleiben. Geister-Ei. Okay, gut. Du, du. Ava und das Geister-Ei. Oh mein Gott. Ich glaube, der Server hat schon so lange gedauert zu laden. Meinst du, du musst nochmal raus und nochmal rein? Ich glaube, das glitscht. Ah, ah. Ah, jetzt. So, guck. Buy now. Okay. Purchasing? Okay. Ah, huu. Ich dachte schon. Und? Ja, mit Chocolate Labrador. Oh, da kommt immer ein Chocolate Labrador drauf. Nein. Chocolate Labrador. Ha, ich kann es sagen. Ich tue mir damit jedes Mal so schwer. Okay, gut. Also ich denke, das geben wir jetzt einfach meinen Fans. Das ist doch eine schöne Idee. Das haben wir nämlich allgemein vor, dass wir immer mal in unseren Videos und in unseren Lives, also in Ava's Lives, ich darf ja dann immer nur kommentieren, aber nicht dabei sein. Warum darf ich eigentlich nicht dabei sein? Weil. Aber ihr könnt es mir das mit mir schreiben. Da wollen wir dann uns immer mal zu einem von euch teleportieren, der Ava eine Freundschaftsanfrage gestellt hat. Und dem, derjenigen, geben wir dann ein Pad und Traden dann in den Server. Ja. So. Bis der nächste Tag. Wir sind gestern nicht mehr in eine Dockmy gekommen. Unser Internet war komplett gecrasht. Dafür jingelt die Ava jetzt. Lasst euch davon nicht stören. Still sitzen. Nicht bewegen. Ich muss das hier machen. Nein. Ich dachte schon. So käme ich mal ans iPad. Wir wollen ja jetzt mit einem von euch traden. Dann lass uns mal jemanden aussuchen, der auch online ist. Ich bin ja nicht aufgenommen. Ich bin ja die Person an. Sorry. Sorry. Also Princess West Galesow oder so. Hier ist es nochmal. Ja, genau. Teleport. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wenn wir dich jetzt nicht finden können. Wo bist du? Da, Prinzessin West Galesow. Hi. Nicht weglaufen. Oh, du hast einen Pic. Wie süß. Oh, die hat mich gefallen. Hi. Cool. Du hast ein Pferd gewonnen. Oh mein Gott, wie süß. Ich hoffe, du freust dich ganz, ganz doll. Das ist für uns so der schönste Moment, oder? Das ist das Beste, Beste am YouTube ist, dass ihr da seid. Dass ihr einfach so eine tolle Community seid. Und wenn wir euch dann eine Kleinigkeit zurückgeben können, das ist einfach schön. Und wenn ihr euch dann auch noch so freut. Das ist immer das Beste dran. Das ist das Gute dran. Ich schaue dann, bin ich schon mega drauf. Danke. Ihr seid immer so nett. Ja, ihr seid wirklich die Besten. Ja. Ein riesen Dankeschön, dass ihr ihr seid und so toll. Und falls ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, das ist nicht nur die Ava, die rasselt, das ist die Via, die sich jetzt entschieden hat, ihr könnt sie nicht sehen, sich direkt auf einen Stuhl unter unsere Kamera und den Lautsprecher zu setzen. Machst du gerade ein Video? Ja, mache ich. Die Baby ist immer so, sie setzt dich unten hoch und dann wenn wir so hochnehmen, ist sie so, nee, ich will nicht hoch. Ja, wie kommt ihr auf die Idee, dass ich hochhebe? Im Prinzip ist es das. Kannst du mich grüßen? Ja. Hallo. Okay. Hi, ist Sophia. Hi, Sophia. Schön, dass du dich so gefreut hast. Und wir gucken jetzt, was ihr für unser Christmas Egg traden würdet. Und zwar in Sophias Server. Wir werden jetzt weiter. Hi, Vivi. Jetzt ist sie hier seitlich. Könnt ihr sie hören? Sie grunzt wie ein kleines Schweinchen. Okay, gut. Dann gehen wir mal zum Giftdisplay. Guck mal, schwarze Pullover, helle Hundehaare. Da ist der Hund. Oh, guck mal, du hast einen Lantern. Oh. Oh, du bist schon der Trait. Dann. Hol mal dein Ei raus, sonst weiß ja keiner, was du machst. Ach, wolltest du auch gerade machen, ne? Immer diese guten Ratschläge von den Müttern. Das wissen die Kinder sehr zu schätzen, falls sie auch Mamas zugucken. So, hier. Hallo, Ma. Oh, habe ich Traits ausgeschaltet? Ey, wie. Ah, nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ey, wie, hast du gut gemacht. Ein Timmy? Ne, Timmy ist dein Nachbar. Oh, ein Timmy, was ist ein Timmy? Hier haben wir ein Ding mit Bandacott, ein Ground Slot und ein Otter. Und dann hier haben wir ein Sabertooth. Sorry, warte, 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 warte. Nein, sorry. Ich guck mal, 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 ich guck mal auf du für mein Christmuse Egg. Ein Neon? Ja, das kannst du machen. Das werde ich auch machen. Die wird das da... Ja, nee. Manchmal seid ihr witzig im Traden, aber ich glaube, das ist normal, oder? Das ist ganz normal. Mhm, trotzdem, ich finde das immer so traurig. Eine Flamme, ein Glitch, äh, ein Flamme, ein Ding für uns. Ey, man muss leider auf, aber danke. Oh. Bitte. Ihr seid so nett. Ich habe die beste Community. Das ist eigentlich ein richtig guter Tray hier. Ja? Ich denke, wir werden akzeptieren. Ich werde immer noch akzeptieren. Oh, ja. Oh, ja. Oh, und weg ist es. Goodbye Christmas Egg. Egg. Und, und? Awww. Wann kommt das Video online? Dieses Video kommt schon morgen, Montag. Morgen. Also unser Montag. Ja, genau. Also wenn ihr seht, ist es schon Montag. Heute ist Sonntag. Ah, happy dritten Advent, ihr Lieben. Einen fröhlichen dritten Advent. Puff. Ja. Puff, sorry. Alles gut. Robo-Dog. Okay. Jetzt hat sich die Via übertrieben. Oh, grüße deine Mama. Mama ist mega nett. Oh, Sophia, du bist die Beste. Vielen, vielen Dank. Ja. Da ist sie. Ja. Hier bin ich. Ich soll dich grüßen. Danke. Danke. Okay. Come on, Peeps. Was gebt ihr für unser Ei? Ich habe Trades an. Who can try with me? Everyone. Everyone can try with me. Keiner will das Ei. Alle denken so, ey, da kommt doch bald ein neues Ei. Was soll ich das alte Ei? Ah, danke. Danke. Oh. Süß. Hier ist was eigentlich. Hier ist was. Oh Gott. Sophia, dein Säuber ist ganz leer. Aber da kannst du ja nichts für. Ja. Du warst übrigens zuckersüß. Ich liebe dich. Danke. Oh, ups. War doch perfekt. Danke dir. Ich habe auch so sehen, die ich reingemacht habe. Egal. Es geht immer nach. Es geht immer nach. Komm, dann wechseln noch einmal Server und wir gucken mal, ob wir in den nächsten Server unser Ei loswerden. Vielleicht werden wir in einem Rich Server. Okay. Play Parent. Ich denke, das ist ein okay Server. Das sieht man immer am Text. Ja. Das ist ein okay Server. Die schreiben jetzt alle Englisch. Also wir sind in irgendeinem englischsprachigen Server gelandet. Wahrscheinlich mit der UK. Die UK. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Wer hat es gesagt? Ich habe es gesagt. Du musst ein Ei rausholen. Oh ja. Oh. Oh, ich bin mein Ei. Ich wollte schon sagen, es ist doch weg. Na, na, na. Okay. Pick up. Who has an offer for our lovely Christmas egg? Oh, guck. Hier hat jemand einen offer. Lovely jovely. Oh, do you decline the train? Back. What was she thinking? How is wrong? Ein Cerberus. Na. Na. Und? Machst du noch was drauf? Aurolinex. Alaina, gibt dir? Ähm, ein Shiba Inu und eine Red Panda, noch ein Shiba Inu. Oh, lauter Ultra Rares, aber keine Legendary. Das sind nicht wirklich in Wert Ultra Rares. Okay. Eigentlich sind es Uncommon und Comments. Hm. Okay, ein Trade noch. Vielleicht, das ist jetzt der Trade unseres Lebens. Ich merke es in meiner Mama Nase. Oh, irgendwer ist, wessen Geburtstag wurde da gerade ruiniert. Ah. Keiner will mit uns traden. Der Trade ist das Leben. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Warum will denn keiner dieses Weihnachtsall? Ach, doch, guck, hier, wenn wir hier das Weihnachtszeit. Ja. Für einen goldenen Pinguin wie dein Gucci. Für eine Schubkarre. Der Trade unseres Lebens, den hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oder? Das ist so, wie du sagst, du findest den Mann deines Lebens und dann ist da keiner. Dragon Balloon, Wheel Barrow und... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nein, sorry. Okay, Leute, wir machen noch ein... Oh, guck mal, guck mal, guck mal, hier hat jemand. Okay, vielleicht werde ich jetzt dafür... Oh, du bist schon in einem Trade. Oh, Mittens. Das ist ja süß. Da warten wir jetzt kurz. Mit Sophia. Noch eine Sophia. Trade. Trade. Okay, dann müssen wir kurz warten. Nicht weglaufen, Sophia. Die denkt wahrscheinlich, was ist das für eine Aufträgliche muss. Da gehe ich mal weg. Die will die ganze Zeit traden. Was ist das für eine? Du bist in einem Trade. Nein. Nein. Sophia, lauf nicht weg. Bleib stehen. Die läuft bestimmt weg, wollen wir dauernd ihr Namen falsch sagen. Sophia. Oder? Sophia M. Ja, Sophia. Keine Ahnung. Oh, nein, nein, nein. Jetzt hat sie ihr Pad weg. Sie hat gerade ertradet. Nein. Ist es weg? Das geht weg, wenn man mit seinem Trade gewonnen hat. Oh, nein. Ja, jetzt musst du die kleinen. Die Dinger wollen wir nicht. Nein. Okay, das sollte nicht sein. Wir machen jetzt die Shoutouts, ihr Lieben. Das erste Shoutout geht an Manja. Hi, Manja. Das zweite Shoutout geht an Hannah. Hi, Hannah. Dann danken wir euch recht herzlich, dass ihr uns zugeschaut habt. Vielleicht werden wir ja im nächsten Video unser Christmas Egg los. Vergesst nicht, unseren Daumen nach oben da zu lassen. Schaltet die Glocke an, dass ihr kein Video mehr verpasst. Und vor allem, dass ihr seht, wann die A.V. live geht. Und wir sehen euch dann. Beim nächsten Neustirn nehmen. Ciao. Du dachtest nur, dass labert die Mama da, gell? Halt sie niemals auf. Tschüss. Tschüss.